Sound und Design in einer optimalen Kombination. Das bietet der neue Bluetooth-Kopfhörer BlueTC 2 vom Hersteller Imperial. Der Kopfhörer überzeugt mit einem hochwertigen Design aus Chrom- und Lederoptik sowie gepolsterten Ohrmuscheln. Das Chassis ist aus Carbon und der Kopfhörer somit angenehm leicht. Der BlueTC 2 ist mit Bluetooth 4.0 ausgestattet und kann so mit allen Bluetooth-fähigen Endgeräten, wie beispielsweise einem Smartphone, verbunden werden. Dank des mitgelieferten Klinkensteckers ist es aber natürlich auch möglich, den Kopfhörer direkt ans Endgerät anzuschließen. Besonders außergewöhnlich ist die Touch-Control-Steuerung. Ohne sichtbare Tasten lässt sich der BlueTC 2 damit ganz intuitiv an der rechten Ohrmuschel bedienen. Mit einem Wisch nach rechts oder links verändert man beispielsweise die Lautstärke, mit einem Wischen von oben nach unten wechselt man zum Titel davor oder danach. Der BlueTC 2 besitzt außerdem ein Mikrofon. Es kann also nicht nur Musik gehört, sondern auch telefoniert werden. Der Klang des Imperial BlueTC 2 ist wirklich hervorragend. Mittel- und Hochtöne ergeben einen stimmigen Sound, dank Carbon-Chassis ist der Bass richtig knackig und präzise. Der Kopfhörer wird in einem Rundum-Paket geliefert. Alle nötigen Lade- und Anschlusskabel, ein Karabinerhaken, ein robustes Case für das Zubehör sowie eine Kopfhörertasche sind mit dabei. Den Imperial BlueTC 2 gibt es im Handel für 199 Euro.